Oh Digger war das grad lauuut Ich kann einfach nicht weiter nach da, weil es über die hier guckt Keine Ahnung so Aber egal auf jeden Fall Ich mache heute mal und sage wo das Video auch präsent meine Toca Woke Und ja, es ist noch ein bisschen leiser Man hat ja grad, wie laut das war Oder man sieht ja grad, wie laut das war und hat man noch gehört Und ähm Ja genau Also ich wollte zwei Storys machen Aber Jetzt auf jeden Fall Let's go Jetzt auf jeden Fall Jetzt auf jeden Fall Natürlich Leute, das ist immer so Immer wenn ich gleich wieder mein Video anmache Ja Ich muss hier ganz kurz noch was machen Weil das passt jetzt grad nicht zu dem Video Also Ganz kleinen Moment für die Leute Also Leute Das hier ist die Mama Lotta Und sie ist ungefähr 24 Jahre alt Und sie ist gerade schwanger Das hier wird halt später das Babyzimmer Das ist auch für der Papa Und ich würde sagen Wir legen jetzt auch schon los mit dem Video Ach Schatz Ich glaube es ist soweit Ich glaube ich bekomme ein Kind Was? Wirklich? Ja Schatz Wirklich Oh mein Gott äh äh Pack bitte einfach schnell die Tasche ja Ja Okay Ich hie schon mal ins Auto Okay äh äh ja Ja Der ist halt grad mal kurz ins Auto gegangen Kann ich hier übrigens weiterspucken Wer wusste das? Okay ähm So dann packen wir mal das hier Und ein Smuggi ein Und noch die Sachen auch mal Bescheid Dann Oh Ja äh Die sind jetzt auch ins Auto gegangen Und die fahren jetzt auf jeden Fall los ins Krankenhaus Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Haha Genau Wöbel Leute hier fliegt grad so immer nerviger Flieger Aber egal Weiter geht's So Sorry Leute Eigentlich ist das hier die Mutter Aber ich hab die halt nicht wiedergefunden Deshalb Jetzt Leute Hast mir was anderes genommen Mach mal jetzt Weiter geht's Oh Schatz Okay Komm Hallo Sir Oh hallo Was ist denn los? Ich bin hochschweiger Ich bekomme gleich mein Kind Okay dann bitte einmal auf die Waage Und siehs Äh auf die Liege und siehs da gehen bitte ja Da vorne ist ein Zimmer direkt daneben Und da können sie schon mal ihre Sachen hinlegen Okay Gut So Mem das süße Kind Oh Wieso Sie ist ja mega Wie soll sie denn heißen? Amy Ein wunderschöner Name So 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 Dann wird einmal mitkommen Okay Sie können sich jetzt erstmal hinnehmen Okay Kind wird jetzt hier in die Station gebracht Das ist echt nett Nehmen an Und dann wird's da versorgt Okay Also es ist jetzt gleich Es ist erst ein Tag später Genau Genau Es ist der nächste Morgen Schatz 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 Komm wir fahren jetzt wieder nach Hause mit dem Kind Okay So Sie dürfen jetzt auf jeden Fall gehen erstmal Okay Dankeschön Sehen Sie ist ja mega süß Sie ist ja mega süß So Und so So Und sie fahren jetzt auf jeden Fall erstmal wieder nach Hause So Rorte ich hab jetzt grad meinen alten Altersstück gefunden Und das мор viele Ich weiß gerne dir so Einer So Das auch schon wieder zu Hause zu sein, das leuchtet ihr noch mal kurz. Und ja Leute, wenn ihr sehen wollt, wie auf jeden Fall mit der Familie weiter geht, wie Amy auf jeden Fall. Wenn ihr sehen wollt, wie Amy größer wird, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich zudem freuen. Landt auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, darüber würde es mich auch freuen, das alles natürlich kosten muss. Und ja, genau, dann würde ich mich auch schon verabschieden. Bye Leute!